Digitales Fachgespräch der CDU Deutschlands mit Thomas de Maizière zum Thema Asyl- und Flüchtlingspolitik. Der Innenminister im Dialog mit CDU-Mitgliedern via Video, Telefon und Textchat. Und zwar fragt Herr Tunig, warum sagt die Kanzlerin, dass wir unsere 3200 Quadratmeter, Kilometer Grenze nicht schützen können. Ein Staat, der seine Grenzen nicht sichern kann, verliert seine Berechtigung. Ja, natürlich können wir unsere Grenzen sichern. Die Verabredung von Schengen war eigentlich, dass wir sagen, wir verlegen den Schutz der Grenzen an die Außengrenze von Schengen und verzichten deshalb auf die Kontrolle an der Schengen-Innengrenze. Das war eigentlich das Versprechen. Nun haben wir die Situation, dass der Schutz der Außengrenze nicht richtig funktioniert. Dass wir zwischen Griechenland und Deutschland auch wieder Außen- und Nicht-Außengrenzen haben. Also Mazedonien und Kroatien und Serbien sind nicht Teil von Schengen. Slowenien und Österreich aber ja. Also ist die Frage, wo ist eigentlich die Außengrenze? Und deswegen habe ich vorhin schon gesagt, es gibt nicht den einen Weg. Wir brauchen einen robusten Schutz europäischer Außengrenzen. An der Grenze Griechenland-Türkei. Wir brauchen auch die Verhandlung mit der Türkei. Kanzlund war ja gerade da. Und dann kann man auch überlegen, was man unserer Grenze machen kann. Aber es muss eben auch sitzen. Und man darf da nicht viel ankündigen, sondern gucken, was geht und es dann tun. Dankeschön. Vielen Dank für Ihre Frage. Monika Schnabel ist die nächste. Können Sie uns hören? Sonst würde ich Ihre Frage vorlesen. Ja, die ist wichtig. Das müssen wir machen. Okay, ich lese mal vor. Frau Schnabel also fragt, wie gewährleisten Sie, dass wir keine Terrorangriffe durch inkognito eingereiste IS-Mitglieder in Deutschland ausführen? Sehr wichtige Frage, die mich auch umtreibt und die Sicherheitsbehörden. Zunächst ist die Antwort, auch wenn es Sie enttäuscht, ich kann das nicht gewährleisten. Ich kann doch nicht gewährleisten, dass Deutsche einen Terrorangriff machen. Wir tun, was wir können. Wir sind wachsam geworden. Wir haben Anschläge verhindert, teils durch Können, teils durch Glück. Wir brauchen auch die Zusammenarbeit mit ausländischen Nachrichtendiensten. Aber eine Garantie, wie gerne würde ich sie Ihnen geben, eine Garantie, dass es in Deutschland keinen großen Terroranschlag gibt, kann und darf ich Ihnen nicht geben. Trotzdem haben Sie Anspruch darauf, wie alle Bürgerinnen und Bürger, dass wir das uns Mögliche tun. Nun zu dem Thema IS und Flüchtlinge. Ja, wir bekommen solche Hinweise, auch nicht nur in Einzelfällen von ausländischen Diensten, von Mitflüchtlingen, dass der eine oder andere ein IS-Terrorist mit Kampfauftrag sein könnte. All diesen Fällen sind wir nachgegangen, akribisch nachgegangen, die Identität festgestellt, befragt, aus der Erstaufnahme eine Stunde rausgenommen. Und bisher hat sich Gott sei Dank keine dieser Hinweise als wahr bestätigt. Und trotzdem ausschließen kann man das nicht. Eine Gefahr besteht und deswegen sind wir da so wachsam. Frau Schmidt möchte wissen, wie stehen Sie dazu, Herr Minister, dass insbesondere Frauen und Eltern zunehmend beunruhigt sind, wenn in ihrer nächsten Umgebung sich überwiegend junge männliche Asylbewerber aufhalten. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Frauenbild überwiegend ein vollkommen anderes ist, als wir es in der Europäischen Union kennen. Natürlich verstehe ich auch die Sorgen. Übrigens gibt es die ja nicht nur, wenn da Asylbewerber sind, sondern ich habe selber eine Tochter, die ist ein bisschen älter schon. Es beginnt ein Alter bei jungen Mädchen, da fangen Eltern an, sich Sorgen zu machen. Bei der U-Bahn-Benutzung in Berlin, dann macht man Vorschriften, wann die Mädels nach Hause kommen sollen, dann ist man besorgt, wenn es eine halbe Stunde später nicht kommt. Also das ist auch in einer modernen Welt generell ein Problem. Trotzdem will ich Ihrer Frage nicht ausweichen. Es gibt unendlich viele Gerüchte. Manches stimmt, vieles stimmt nicht. Und deswegen, wir zählen ja sehr genau Straftaten gegen Asylbewerber-Einrichtungen, von rechts etwa, die uns große Sorgen machen. Wir haben aber kein Lagebild über die Kriminalität von Asylbewerbern in Einrichtungen oder als Einrichtungen heraus. Vom Ladendienstadt über die Körperverletzung bis zur Vergewaltigung, bis zum Drogenhandel. Und deswegen habe ich jetzt vor etwa zwei, drei Wochen das Bundeskriminalamt gebeten mit den Ländern, mir uns ein solches Lagebild zu erstellen, damit wir dann, und das werde ich dann öffentlich machen, deutlich machen können, ist es wirklich ein Problem? Ist es ein Gerücht? Ist es regional ein Problem? Ich finde jedenfalls einen sehr guten Punkt, das ist mir in einem Kreis vorgekommen. Da wurde mir gesagt, wir haben eine Kreistagssitzung und in einer kreisfreien Stadt war es eine Sitzung des Stadtrates. Und jeden Monat, wenn der Kreistag tagt, haben wir den Tagesordnungspunkt Kriminalität. Und dann trägt der Polizeipräsident vor, gerade wo Asylbewerber-Einrichtungen sind, und sagt, wir hatten Erhöhung Kriminalität, wir hatten keine Erhöhung der Kriminalität. Es bezog sich auf Ladendiebstahl, es bezog sich auf Umsonstfahren von Bussen oder es bezog sich auf etwas anderes. Wir werden das und das tun. Und oft heißt es dann auch, es gibt keine erhöhte Kriminalität, das ist dann auch eine gute Nachricht. Und man tritt damit den Gerüchten entgegen. Rund eine Stunde stand der Innenminister, mehr als 550 Mitgliedern Rede und Antwort, diskutierte mit ihnen, hörte zu, ging auf ihre Sorgen und Ängste ein. Es gibt nicht die Sorgen der Bürger und die Politiker, die irgendwo in einem Elfenbeinturm in Berlin sind. Die Sorgen der Bürger sind auch unsere Sorgen und die Hoffnungen der Bürger sind auch unsere Hoffnungen. Nur eine Opposition kann vielleicht Sorgen verstärken, das ist irgendwie deren Job. Eine Regierung muss Sorgen aufnehmen, annehmen und daran arbeiten, dass die Sorgen kleiner werden. Das ist unsere Aufgabe. Nicht klein reden, aber klein machen, ohne sie zu verschweigen. Das ist die Aufgabe einer Regierung und dem stellen wir uns. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Noch näin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017